Und wir, Zuschauer, immer, überall, dem allen zugewandt, und nie hinaus, uns überfüllt's, wir ordnen's, es zerfällt, wir ordnen's wieder, und zerfallen selbst. Wer hat uns also umgedreht, dass wir, was wir auch tun, in jener Haltung sind von einem, welcher fortgeht, wie er auf dem letzten Hügel, der im ganzen Tal noch einmal zeigt, sich wendet, anhält, weilt. So leben wir und nehmen immer Abschied. So, so 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 Untertitelung des ZDF, 2020